Opa, was ist denn das eine Frage? Welche Trennungen da? Das ist gar nicht so leicht, alles da zu machen. Man hat sich ja lieb und hat sich geliebt und liebt sich immer wieder, ja? Und da kannst du nicht einfach alles wegschmeißen da, ja? Das geht hin und her, du, das ist hoch und runter, alles da hin und her, ja? Und da brauchen wir natürlich darüber zu reden, mit wem willst du retten, wenn keiner da ist, so wie die Trennung, du? Das geht gar nicht so leicht, du. Puh, alle Leute trennen sich arg und trennen sich nicht und was weiß ich hier, du, ja? Das ist doch sowas von egal, du, ja? Es geht immer hoch, es geht immer nur hin und her, mal Liebe, mal keine Liebe und was weiß ich hier, ja? 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 Und ich bin so nicht mehr, du, ja? 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 Und ich kann ja auch nicht so gut sein, ja? das war eine trennung der trennung hier ist doch egal ist doch so was von egal und es ist ja die ganze ganze zeit hier das regen ohne ende mit dem jenseits von edu wo sind es der text ist verschwunden aus meinem kopf es geht heute es liegt doch verdammt noch mal mein gott hier ist im kopf nicht aus so fällt mir der blöde text nicht einfach nicht jetzt von jenseits von edu man es gibt so hätte wenn du mal ein wort ein wort hau gucke doch mal gucken was ich jetzt mach ich pennen gleich ein Ei ich pennen gleich Ei ich bin müde und adios ich bin müde und ich bin müde